Das war's, liebe Motorsport-Magazin, willkommen Freunde und MotoGP-Freaks. Das war's mit der MotoGP Saison 2021 und das war's auch mit der MotoGP Karriere von Valentino Rossi. Am Sonntag in Valencia sein 432. und letzter Start in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Das schauen wir uns natürlich genau an, dieses letzte Rennwochenende von Valentino Rossi. Wir schauen uns aber auch die dominierende Kraft an diesem Wochenende an, und zwar Ducati. Und natürlich müssen wir auch einen Blick ins Honda-Lazarett werfen, also jede Menge zu besprechen. Los geht's! Beginnen wollen wir natürlich mit dem Abschied des MotoGP Superstars, mit dem Abschied von Valentino Rossi aus der Motorrad-Weltmeisterschaft. Und es war ein durchaus versöhnlicher Abschied in Valencia, wo es in der Vergangenheit für Valentino Rossi nicht immer ganz so glücklich gelaufen ist. 10. Platz am Sonntag im Rennen. Ein zweibestes Ergebnis in dieser Saison. Ex-Equo mit Mugello und mit Misano 2. Also durchaus Ergebnis mit dem Valentino Rossi gut leben wird können. Es war für ihn natürlich ein sehr emotionales Wochenende, ein sehr stressiges Wochenende. Ein Wochenende, an dem er auch jede Menge Druck mitbekommen hat. Er hat gemeint, diese ganzen Ehrungen und Tributes, die es da in den Tagen zuvor gab, das hat schon jede Menge Druck auf ihn aufgeschaufelt. Da gab es am Donnerstag schon die Präsentation seiner neuen Weltmeister, Motorräder von Yamaha, von Honda und auch von Aprilia. Dann wurde am Samstag ein großes Porträt von ihm auf dem Streckengebäude in Valencia enthüllt. Dann gab es noch eine Menge Umarmungen mit den MotoGP-Fahrern in der Pressekonferenz am Donnerstag. Also sehr viele emotionale Momente für Valentino Rossi. Auch die ganzen Academy-Fahrer aus seiner V46 Academy, die sind alle am Sonntag mit legendären Helm-Designs aus Rossis Karriere gefahren. Auch das natürlich noch mal ein emotionaler Moment für Valentino Rossi. Also sehr viel zu tun, sehr viel zum Nachdenken, sehr viel zum in Erinnerungen schwelgen und Valentino Rossi hat gesagt, das Ganze hat natürlich für ihn jede Menge Druck bedeutet. Es war nicht einfach dieses letzte Rennwochenende. Aber ist gut gegangen, 10. Platz. Er hat gesagt, im Nachhinein in einer sehr zufriedenen Medienrunde hat er gemeint, ich war top motiviert und so konzentriert, als würde ich um den WM-Titel kämpfen. Dieses gute Resultat ist für mich extrem wichtig, denn ich wollte mein letztes Rennen nicht auf dem letzten Platz beenden. Von diesem 10. Platz werde ich lange zehren. Wir wissen ja im Motorsport, das letzte oder das jüngste Resultat erzählt immer am meisten und das ist jetzt das allerletzte Resultat für Valentino Rossi. Also 10. Platz, sicher ein schönes Ergebnis, um sich da aus der MotoGP zu verabschieden. 26 Jahre Valentino Rossi in der Motorrad-Weltmeisterschaft gehen zu Ende. Viele, viele große Rennen, viele, viele große Emotionen, große Rivalitäten auch gegen Marc Marquez, gegen Casey Stoner, gegen Jorge Lorenzo, Max Piaccis, Settel, wie sie alle geheißen haben. Für alle Motorrad-Fans, für uns alle, große Momente dabei, große Emotionen. Ob man jetzt Valentino Rossi-Fan ist oder nicht, ich glaube, ein Danke sind wir ihm alle schuldig. Deshalb an dieser Stelle von der gesamten motorsportmagazin.com-Redaktion. Grazie, Valle! Ja, wie hätte es passender, wie hätte es stimmiger sein können? Natürlich hat dieses das letzte MotoGP-Rennen von Valentino Rossi, einer seiner Academy-Jungs gewonnen. Francesco Bagnaia hat sich den Sieg gesichert in Valencia am Sonntag. Natürlich auch er mit einem legendären Helmdesign aus Valentino Rossis Karriere unterwegs. Bagnaia hat den Kespetacolo-Helm gewählt, mit dem Valentino Rossi 2004 seinen ersten WM-Titel auf Yamaha gefeiert hat. Damals ein sehr mutiger Wechsel von Rossi, von der dominanten Honda auf die unterlegene Yamaha und direkt im ersten Jahr den Weltmeistertitel geholt. Francesco Bagnaia hat gemeint, dass wir für ihn da herausragende Moment in Rossis Karriere. Und deshalb natürlich auch für ihn sehr emotional, mit diesem Helm da dieses Rennen zu gewinnen. Und er hat dann auch nach seinem Sieg noch einmal dankende Worte an Valentino Rossi gerichtet. Er hat gesagt, das war die einzig angemessene Art, Valle zu verabschieden. Gestern konnte ich ihm im Qualifying helfen und heute war er durch das Helmdesign mit mir ganz oben auf dem Podium. Also auch schöne Worte von Francesco Bagnaia, der natürlich sich auch sehr gefreut hat, diese Saison mit einem Sieg zu beenden. Generell kann man sagen, Francesco Bagnaia, der dominante Mann dieses letzten Saisondrittels in der MotoGP. Von den letzten sechs Rennen hat er nicht weniger als vier gewonnen, ist in Austin als Dritter noch einmal am Podium gestanden und nur ein DNF, eine Nullnummer haben wir da drinnen. Natürlich der Sturz von Misano 2, wo er auch auf Kurs Richtung Sieg war. Also Bagnaia hätte fünf der letzten sechs Rennen gewinnen können. Echte Kampfansage von Bagnaia an dieser Stelle. Kampfansage auch vom ganzen Ducati-Lager, denn mit Bagnaia auf eins, mit Martin auf der zwei und mit Miller auf der drei hat man heute einen Dreifach-Sieg gefeiert und das ist der erste Dreifach-Sieg überhaupt für Ducati in der MotoGP-Geschichte. Also da sieht es richtig gut aus für die Roten aus Bologna für die Saison 2022 und passend dazu, mein Kollege Michael, als hätte das gewusst, hat in unserer neuen Printausgabe MSM 81 eine Geschichte über diesen Großangriff von Ducati geschrieben. Natürlich auch wie immer jede Menge andere tolle Motorrad-Geschichten drinnen, unter anderem ein Abschiedinterview mit Tom Lüthi, der ja heute ebenfalls sein letztes Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft gefahren ist. Also jede Menge gutes Zeug drinnen. Wenn ihr euch dieses Magazin holen wollt, dann schaut am besten einfach unten in die Videobeschreibung rein, da wird alles erklärt, wie ihr zu dem Heft kommt, MSM 81 jetzt zu haben. Nicht unevent bleiben soll heute aber auch Jorge Martin, der Zweitplatzierte, der sich mit diesem zweiten Platz auch den Titel als Rookie of the Year gesichert hat, schlussendlich neun Punkte vor dem Ducati-Kollegen Enea Bastianini. Das Ganze ist natürlich umso beeindruckender, wenn wir bedenken, dass er nach seinem schweren Sturz im ersten Portimao Rennwochenende ja vier Grand Prix verpasst hat, vier Rennen verpasst hat insgesamt und im verbleibenden 14 Rennen hat er einen Sieg und vier Podien geholt. Sehr, sehr gute Rookiesaison von Jorge Martin und somit natürlich hoch verdient der Rookie of the Year. Und dieser zweite Platz in Valencia war umso beeindruckender, wenn man weiß, wie die Vorbereitung auf dieses Rennen quasi für Jorge Martin gelaufen ist, nämlich alles andere als gut. Der hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag sprichwörtlich die Seele aus dem Leib gekotzt. Eine Art Lebensmittelvergiftung hat er sich da eingefangen, hat die gesamte Nacht nicht geschlafen. Das letzte wirkliche Essen hat er Samstag zu Mittag zu sich genommen. Es war Unglauben, ob das Rennen in Angriff nehmen wird können. Die MotoGP-Äzte haben ihn dann mit Medikamenten halbwegs fit gebracht, ist das Rennen gefahren, hervorragend den zweiten Platz geholt. Aber erst nach dem Rennen haben wir dann gesehen, wie übel es um Martin wirklich bestellt ist. Er konnte dann nach dem Park für Meer nicht mal mehr Interviews geben, als er an der Pressekonferenz nicht gewesen, weil normalerweise die ersten drei drinnen sitzen, hat sich dann sofort zurückgezogen, ausgeruht. Außerdem dürfte es wirklich dreckig gehen. Gute Besserung an dieser Stelle an Jorge Martin, aber mit dem Rookie of the Year im Gepäck lässt sich diese Krankheit wohl schon deutlich besser verdauen im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Abschluss müssen wir natürlich wie leider schon gewohnt in den letzten Wochen einen Blick ins Honda-Lazarett werfen. Marc Marquez war ja schon in Portimao nicht dabei, auch in diesem Wochenende in Valencia nicht dabei, nach seiner Augenverletzung. Und am Samstag hat es dann auch noch Polesparguero erwischt. Schlimmer Highsider in FP3, schwere Prellungen im Bereich der Rippen, auch beide Handgelenke ein bisschen beleidigt. Er wollte am Sonntag fahren, aber Sonntagvormittag hat man dann beschlossen, es macht keinen Sinn, Polesparguero wird nicht an den Start gehen, somit keine Repsol Honda in Valencia am Start. Das gab es seit Beginn dieser Partnerschaft zwischen Honda und Repsol überhaupt noch nie. Und Polesparguero für ihn ist jetzt natürlich das große Ziel, zum Charest erst in der kommenden Woche, 18. und 19. Februar, wieder fit zu sein. Ob das wirklich gelingen wird, ob Polesparguero da in Charest wieder voll einsatzfähig bzw. bei voller Fitness ist, das müssen wir natürlich abwarten. Werden wir dann sehen. Gute Besserung natürlich auch an dieser Stelle an Polesparguero und an Marc Marquez. Ja, so schnell geht's und eine MotoGP Saison ist wieder rum. Die MotoGP Saison 2021 ist vorbei, nicht vorbei, es ist aber hier auf dem Motorsport Magazin Motorrad YouTube Kanal. Wir halten euch natürlich auch über die Winterpause ständig auf dem Laufenden, liefern euch die letzten News, haben die besten Analysen für euch, gute Diskussionsrunden, also wir sorgen dafür, dass ihr auch in der Winterpause regelmäßig eure Dosis MotoGP bekommt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann am besten gleich den Kanal abonnieren und am besten auch gleich die Glocke, Leute, dann erhaltet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es hier ein neues Video auf unserem Kanal gibt. Für die Saison 2021 an sich war es das jetzt. Herzliches Dankeschön an alle, die regelmäßig mit dabei waren, die die Videos angesehen haben, die geliked haben, die kommentiert haben, die unseren Kanal abonniert haben und die Glocke geläutet haben. Es hat jede Menge Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch über die Winterpause treu und wir sehen uns dann 2022 natürlich auch an jedem Rennwochende wieder. Danke von uns allen hier im Motorsport Magazin. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.